Zack, zack. Ja, das ist aber richtig scheiße jetzt mit den einen. Wenn das letztes ist, den wir nicht vergessen haben, ne? Und wenn das dann noch der ist, ne? Der mich dann daran hindert, hier im Enteo direkt Platin zu bekommen. Bei der Strecke, die kackenschwer ist. Dann, äh, wäre das auch nicht sehr nett. Das ist echt kein Vergleich zu... Dings, also zu vorhin. Ah, dafür verpasse ich jetzt hier die Hälfte. Weil ich glaube, vorhin war ich wirklich zu erpischter drauf, hier eine verkackte Kiste zu bekommen. Aber ich werde trotzdem das jetzt nicht on-screen machen, ne? Weil, das wird trotzdem wieder fünf Jahre dauern, bis ich hier mal fertig bin. Mit den ganzen Relikten auf Platin. Ach, scheiße, zwei Sekunden verballert. Drei Sekunden verballert. Nochmal drei, vier Sekunden verballert. Alter Vater, ey. Okay, nee. Komm, ich habe noch fünf Sekunden. Das schaffe ich. Ehehe, nein. Ah, okay, fick dich. Komm, nochmal. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. So, komm. Los geht's. Hui. Nein. Verdammt. Das muss flüssig gehen. Das muss flüssig gehen. So, okay. Ein und drei Sekunden durch. Prüfteln. Brrrr. Was war das? Was war das? Ah. Aber selbst Gold, ne? Wie man sieht, ist hier schon recht knackig, also. Hier wird einem nichts geschenkt, doch. Schlimm ist das. Zack, zack, zack. Hier haben wir schon mal den linken, das ist gut. Ah, das war kacke. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Excellent. Hui. Wir müssen Turbo gut machen. Ausgezeichnet. Scheiße, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Na, Moment, ich zeige euch mal ganz kurz, was der Kollege sagt. Versuch die richtige Richtung. Komm, sag es bitte. Bitte sag den einen Satz, den ich gerne von dir hören möchte. Ich drifte auch ein bisschen. Hui. Wirklich Schreck im Auge, das ist cool. Zack, tschack, tschack, tschack. Fahnt, scheiße. Einfach Spaß, das haben wir versucht, die 50 zu machen. Versuch die richtige Richtung. Komm, du hast schon mal was anderes gesagt. Komm schon. So gewinnt man dich. Nein, auch nicht das. Aber es ist ja schon mal was anderes. Komm schon. Uka. Wir sind doch so. Unsere Teil drei, ne? Arbeiten wir zusammen. Tut mir den gefallen. Er möchte nicht mit mir sprechen. Warum möchte er es nicht? Hm. Das finde ich jetzt aber ein bisschen traurig. Wuhuhuhu. Das ist doch nicht so ein Spaß, Junge. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Finde ich gut. Finde ich besser als falscher Weg. So, komm. Neuer Versuch. Also, so brauche ich jetzt wenigstens keine drei Tage mehr, um das zu schaffen, sondern nur noch zweieinhalb. Ich hoffe mal, dass die längeren Strecken so ein bisschen toleranter sind, so mit Fehlerquote und so. Und mit Kisten einsammeln. Weil wenn ich dann jetzt hier irgendwann mal so eine Strecke sehe, wo es dann 60 Kisten oder so Kack gibt. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das überhaupt schaffe. Also, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde alles dafür geben, überall Plattee zu kriegen. Aber ich meine, ich habe es bei Question Bash geschafft. Aber, ähm, das war auch nur eine Geduldsfrage. Und hier ist dann eine Fähigkeitsfrage. Was? Wieso? Spring doch, beweg doch mal deinen fetten, kackhässigen, Drecks-Huren-Arsch. Und mach das Ding mal fettig da, ey. Ah. Ja, Holz. Schönes Holz, doch. Ja. Ja, das war kacke. Aber vielleicht kriegen wir ja so noch hin. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Lust hat der nicht. Och, Mann. Der kommt immer so komisch wieder aus dem Driften heraus. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ja, voll ins Wasser. Na, sieh, zwei Sekunden direkt wieder passé. Ja, ich habe jetzt nur noch 20 Sekunden Zeit. Dann wird wieder nichts. Wie schwierig Gold mir hier schon schwer fällt, ne? Schwert, genau. Wie ist das schwer? Wird's ja leichter ist. Oh. Ja, zehn Sekunden noch. Alter, Mann. Wenn ich nicht so geil immer an den Sachen vorbeisegeln würde, ne? Ja, okay. Ich bin schon wieder drüber. Ja. Gut. Oh, es ist so anstrengend, ne? Es ist wirklich schwer. Finde ich. Kann auch sein, dass ich so ein bisschen zu hektisch, äh, drifte. Will ich mir auf keinen Fall von frei sprechen. Aber ich kriege da nicht anders hin. Ich muss so hektisch sein. Da war auf jeden Fall ein Superstart. Es war rot. Ach, fuck. Ich war eine zu früh. Ah, ey. Oh, Junge, ey. So, okay. Dann haben wir hier. Zack, zack, zack. Und hüpp. Okay. Immerhin. Immerhin. Das ist eigentlich das einzige Schwierige. Und in dieser einen Höhle, der eine kackt da. Ja, komm, ich nehme mal direkt auch hier den unteren weg. Weil dann haben wir zumindest schon mal den ganzen Kram, den ich sonst vielleicht übersehen würde. Da haben wir schon mal weg. Auch wenn ich jetzt da recht lange dafür gebraucht habe. Weil ich behaupte einfach mal, ne? Wenn wir es hier schaffen sollten, irgendwann mal in 14 Jahren alle Kisten zu holen, dann, äh, ist Gold auch in greifbarer Nähe. Oh, dankeschön, dankeschön. So, okay. Immer so diese Zwischenbereiche. Da drifte ich, glaube ich, zu lang einfach nicht. Ich krieg's auch einfach nicht besser hin. So, zack. Du. Dann, dieb. Dieb. Du. Dann. Oh, ich freu mich übrigens auch schon sehr auf meinen Crash Bandicoot-Stream. Der jetzt auch bald in den Startlöchern steht. Sieben Kisten noch, okay. Nein! Zu viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss jetzt gerade leider sein. Das waren weniger als 10 Sekunden. Und da hat es sich erst für mich gelohnt. Nein! Ey, was ist los, Alter? Junge. Warum fällst du denn da dran vorbei? Oh ja. Ja, ich krieg ja, ich krieg ja, ich krieg ja eh Pimpanell noch. Oh, fuck it. Meine Fresse. Alter, ich schaff' gerade mal eben so, wenn überhaupt, Gold. Nein, ich schaff' nicht mal's Gold. Ich schaff' nicht mal's Gold. Oh mein Gott. Doch! Alter! War das knapp? Oh! Äh, äh, äh. Ihr zieht euch nochmal rein, dass ich einfach nochmal 20 Sekunden schneller sein muss. Okay, ich würde sagen, 10 Sekunden seh' ich noch einen, ne? 10 Sekunden seh' ich noch einen, äh, weil ich zweimal zurückfahren musste. Aber 20 Sekunden? Nee. Nee. Alter, Föder. Wir haben hier Gold. Das ist schön. Das freut mich. Fick dich, echt. Äh, nee, brauche ich nicht speichern, komm. Fick mit dem Scheiß. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich halte euch auch auf laufende, zukünftigen Aufnahmen, wie es denn mit dem, mit der Platinjagd so vorangeht. Ähm. Vielleicht sag ich dann auch schon direkt beim nächsten Mal, ey, nee, Leute, das wird nix. Ich krieg' das nie hin. Kann durchaus sein, also ich bin wirklich gewillt, es zu tun. Aber es, die Möglichkeit besteht. Ah, ja, du hast ein Relikt gewonnen. Ja, super, ne? Hab ich gut gemacht. Na, okay, wir können eigentlich in den Rückwärtsgang einfach direkt reinfahren lassen. Und den 10k-Tip holen. Ach, endlich mal wieder was angenehmes. Äh, Tiny, natürlich. Oh, ich muss husten. Ah, Entschuldigung. Es sind nur die Nachwehen, wie bereits erwähnt. Ja, das Schlimme ist halt, ich bin total unausgelastet, warum ich jetzt überhaupt in so einer Uhrzeit aufnehme. Weil ich mach momentan keinen Sport, ich mach momentan eigentlich so gut wie gar nix. Außer im Bett rumvegetieren und mich erholen. Da bin ich auf jeden Fall wieder fit bin, wenn ich zu arbeiten muss. Und sonst bringt mein Chef mich um. Also wenn ich jetzt noch irgendwie dann noch andere Leute dazu noch anstecke, ne? Das wäre nicht so geil. Ich hab jetzt grad einfach mal, ja, wollt grad sagen, den ersten Buchstaben sowas schon geil verpasst. Als würde man einem Baby den Schnuller klauen. Also willst du, willst du, willst du, willst du? Moment. Ja, ich hab's noch gewusst. Ich hab's noch gewusst. Das ist ja ganz, ganz nett, ähm, dass man durch die Zeit-Chelages so hier und da mal so ein Versteck mitbekommt. Finde ich cool. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, worauf ich das mir gedacht habe. Aber ich meine, ah, ich weiß schon, ob das dritte ist, besprochen auf der Rappe, oder? Ähm, diese 50er-Kombo hab ich, glaub ich, an der, in der Strecke gemacht, vom zweiten, von der zweiten Welt. Okay. Wollen wir eigentlich noch nicht, ne, ne. Fuck you. Fuck you, ja, da komm ich nicht dran, ne? Hei! Oh, oh, upser. Ja gut, ich mein, ich muss jetzt nur noch erster werden. Oh, oh, genau, die Masse gibt's natürlich auch noch. Ich hab noch gar nicht voll wumperfurchtig, ich bin im Feste von außen gegangen. Dummkopf, Ziel auf Falte! Dummkopf. Der ist in mich reingefahren, Kollege. Ne? Nur als Info. Penner. Bin ich dein Freund, Penner. Okay, da muss ich jetzt gleich echt in der letzten Runde ordentlich Gas geben. Nein! Ich hab's getroffen. Oh mein Gott, okay. Ja, das ist der Teil hier natürlich auch jetzt nicht unbedingt der richtige Fahrer für sowas. Und solche Feinheiten. Halt doch einfach die Schnauze, du Penner. Echt? Interessiert mich nicht. Oh mein Gott, okay. Gut. Jetzt hab ich schon mal, jetzt muss ich gleich nur die Kacke da treffen. Kann ich nochmal ein bisschen Vorsprung rausholen. Zack. Zack, zack. Okay, fuck you. Ja! Oh! Oh! He! War knapp, war knapp, okay. Aber egal. Es war... ...kriegst du uns durch dich. Oder so. Leistungs... Leistungsorientiert, entsprechend. Ach, Ficken. Ist mir doch egal. Ich hab den Chip. Punkt. Hi, du witziger. Das war hier... Das ist ja schlimm. Es ist ja... Es ist ja... Es ist die erste Welt, ne? Sehr viel Kollege rechts. Warum so depressiv? Zeig doch dein Gesicht. Ich hab mal einen Lenden-Schurz hier, ey. Das Spiel ist gar nicht mal so teuer. Also... Beziehungsweise aber auch nicht so günstig. Also wenn man jetzt bedenkt, so Playstation 2. Äh... Das ist ja sehr, sehr breit... ...weit verbreitet, dass die Spiele wirklich nur einen Euro oder drei, vier Euro kosten. Das hier allerdings, das liegt so bei... Ich schätze so um die zwölf, hab ich glaube ich bezahlt. Das ist ein bisschen Porto. Jaja, ist okay, komm. So, dann können wir jetzt mal in die Tiny Arena fahren. Wo war ich denn jetzt hier nochmal? Einmal hier rüber, ne? Holle Buduf. Und dann, äh... Da hinten hier so. Weißt du das? Ja. Okay. Ah, hier gibt's einen blauen Chip. Okay, das Leben ist schon recht lang. Ja, hier gibt's auch Feuer, ne? Ich hab hier überhaupt keinen Plan über die Zeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal so vier machen. Beziehungsweise einen guten Versuch, den ich als gut ansehe. Immer muss man auch sehen, ne? Äh, bei Crash and Racing hab ich ja auch immerhin ein paar Sachen mit Platin einfach so geschafft, ne? Ich wollt's ja gar nicht. Aber... Es kam dann einfach so zugeflogen. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das hier vorkommen wird. Teeny Temple, Teeny Tuts. Wollte ich hier gar keinen Plan, wo die Kisten sind. 46, okay. Ich weiß auch nicht, ob's hier böse Verstecke gab. Bezüglich Kisten. Aber das werd ich dann gleich feststellen. Alter, ich bin hier grad... Ich komm mir das jetzt grad mega schnell vor. Das ist doch irgendwo die latente Müdigkeit. Ich mir selbst nicht eingestehen möchte. Okay, ich will drei Sekunden haben. Hui! Nein! Ficken! Ja, super, ey. Wenn ich da solche Zufallsvariablen hier drin hab, ne? Ich gucke mich auch, du Wichser. Ja, echt. Haia! Einmal glüften. Ein bisschen glüften. Ach du Scheiße, gibt's ja auch noch. Okay, aber ich sag mal, dieser Vielzeit, die spricht auch schon mal für sich. Zwei Minuten. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Huia! Okay, ich will die drei Sekunden haben, einmal bitte. Einmal hier die zwei. Huichu! Zack, zack, okay. Und... Haben wir die auch schon mal hervorragend. So, erste Runde, halbe Minute. Also von der grundsätzlichen Zeit her, okay. Wollen wir den Durchschnitt nehmen? Nur, die Runde. Okay. Ha! Mach das Feuer doch mal da weg! Mann! Es ist doch kacke, ist das. Echt, Mann. Tut mir leid, aber es ist doch so. Ich krieg diese Scheiße einfach nicht. Lass das Feuer aus. Schön ausbleiben, schön ausbleiben, danke. Okay. Was ist das für einer an einer? Okay. Nein! Es ist Strom, es tut weh. Was sag ich, ich brauch den Speed. Okay, jetzt hab ich hier schon wieder auch eine halbe Minute dafür gebraucht. Ich hab da ja wirklich überhaupt gar keine Peilung, was ich für Gold brauch. Der Wagen erinnert sich hier auch. Stimmt, hat er gesagt, der hätte ja ein bisschen getunt, die Wagen. Haben wir grad gesehen, so ein, keine Ahnung, was hat das für ein, für ein Antrieb war. Kraftfeldantrieb. Orangensaft oder so. Und now, wenn wir jetzt noch mit dem Sandrugcelles abgerieren. Okay.